So ein Formel S Bewerb in Österreich hat also diesen wirklich großen Vorteil, dass all diejenigen, die noch nie den Bewerb aus nächster Nähe sehen konnten, das sind also Sponsoren, Eltern, Verwandte, Bekannte, aber auch andere Fans, die jetzt einmal die Möglichkeit haben, den Bewerb aus nächster Nähe zu sehen und dadurch auch wirklich mitbekommen, wie groß das Teilnehmerfeld ist, wie groß das Interesse der Studierenden ist und was hier wirklich alles vor Ort geleistet wird und wie großartig die Leistungen der einzelnen Teammitglieder sind. Papal americano Papal americano Unvergesslich Teamgeist Schön blau Professionell Saisonhöhepunkt Erfolgreich Ingenieurskunst International Kabinenparty Wir wollen von der Student Austria 2011 Auf Wiedersehen Do W Wir wollen Wir wollen Wir wollen Wir wollen